Ah, was für ein Schwachsinn. Eigentlich schon. Okay, die Drogenfelder sind in die Richtung. Macht den heimtürkischen Eierscheißer. Einen famosen Abendabend. Nochmal. Einen famosen Abend wünsche ich euch allen. Hallöchen. Egal, Arie. Aber ansonsten siehst du es halt nur... Wo bist du denn? Na, wo bist du denn? Wo versteckst du... Unten im Auto ist Gras. Ja, jetzt schon. Don't chat and drive. Ist das denn rechtens, wenn man Bilder aus dem Internet zusammenklaut und die verwendet? Nee. Ist ja gut, PC. Hat dich auch nicht vor. Geh einfach in der Militärbasis und drück irgendeinen roten Knopf. Was könnte möglicherweise go wrong? Geh einfach in der Militärbasis und drück irgendeine roten Knopf. Hilf mir. Ah! Oh! Der Vodafone Kundensupport. Ah! 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 Hey! Er sagt, gebt, wenn ihr habt. Wegen dem Spiel mach ich mir jetzt. L- мал- La-la- Lasagne, yeah! Eine neue Erfahrung in diesem Spiel vermittelt. Ah! Okay, das war gut! Wenn man sofort TH spielt, beziehungsweise im Fall von TH3 eben wieder das gleiche, weil wegen Speedruns und so, wird man dann nicht davon müde, beziehungsweise hat auch irgendwann von allem einfach genug. Nee. Was ist das denn jetzt für eine dämliche Antwort? Soll ich gut?